Das gibt's doch gar nicht. Der MDK vor meiner Tür? Muss ich ihn reinlassen? Hallo und herzlich willkommen, liebe Betriebsräte, liebe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mein Name ist Niklas Pastie, ich bin Rechtsanwalt aus Berlin und ich unterrichte für die WAF. Viele Arbeitnehmer, viele Langzeiterkrankte sind unsicher, was der MDK, der Medizinische Dienst der Krankenversicherung, tun darf und was nicht. Darf er Hausbesuche machen bei seinen Versicherten? Verboten ist das nicht. Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung kann sich kein Weg bahnen in Ihre Wohnung, Sie müssen ihn nicht reinlassen. Allerdings, wenn Sie nicht mitspielen, wenn Sie die Tür bei einem Hausbesuch nicht öffnen, wenn Sie nicht erscheinen auf eine Einladung des MDK hin, dann kann Ihr Krankengeld versagt werden, die Zahlung kann eingestellt werden, bis Sie kooperieren. Das heißt, eine Rechtspflicht gibt es nicht, eine Obliegenheit für Sie als Versicherten gibt es sehr wohl. Deswegen mein vorsichtiger, aber ernst gemeinter Rat an Sie, kooperieren Sie in einem solchen Konfliktfall mit dem MDK. Erscheinen Sie, wenn er Sie einlädt, wenn ein Hausbesuch angekündigt ist, weil Sie etwa bettlägerig sind oder chronisch erschöpft, dann öffnen Sie die Tür. Was aber soll ich dem MDK sagen? Welche Fragen sollte, welche muss ich beantworten, werde ich in der Kanzlei häufig gefragt. Und manchmal ist der Mandant dann ganz ungläubig, wenn ich ihm als Rechtsanwalt rate, die Fragen des MDK aufrichtig, ehrlich zu beantworten. Hierzu sind Sie wiederum rechtlich angehalten und es ist auch klug, das zu tun. Lügen dürfen und sollten Sie nicht. Allerdings, auch das ist mir wichtig, ausfragen, ausforschen, lassen Sie sich bitte auch nicht vom MDK. Zulässig sind nämlich nur solche Fragen, die einen engen Bezug haben zu Ihrem aktuellen Gesundheitszustand. Ich sage Ihnen mal, wo der Bezug fehlen kann. Lassen Sie sich nicht ausforschen, was etwa die Krankengeschichte von Familienmitgliedern anbetrifft. Ob Ihr Großvater ebenfalls ein Alkoholproblem hatte, ob Ihr Schwibbschwager ebenfalls unter Depressionen litt, und das hat wohl nichts mehr zu tun mit dem Aufklärungsauftrag des MDK. Auf solche Fragen würde ich nicht antworten. Und Vorsicht, es gibt noch eine Falle. Wenn der MDK Sie auffordert, Ihre Krankenunterlagen mitzubringen oder zur Verfügung zu stellen, dann sollten Sie diese Unterlagen zunächst Ihrem behandelnden Arzt vorlegen. Der weiß besser. Und der hat auch die medizinische Expertise zu entscheiden, welche Ihrer vielleicht zahlreichen Unterlagen wirklich vorgelegt werden sollten und welche nicht. Sie sollten also in einem solchen Fall engen Kontakt zu Ihrem Vertrauensarzt halten oder wieder suchen. Was mache ich, wenn der MDK in seiner sozialmedizinischen Überprüfung zu einem Ergebnis kommt, das mir als Versichertem überhaupt nicht schmeckt? Da wäre mein Rat an Sie, erst einmal ruhig Blut zu bewahren. Denn unmittelbar mit einem Nachteil verbunden ist eine solche Entscheidung im MDK-Gutachten nicht. Die Krankenkasse könnte, und das in der Tat wäre unangenehm, Ihren Krankengeldbezug einstellen, also einen weiteren Bezug versagen. Dagegen aber könnten Sie vorgehen. Und das sollten Sie auch tun. Tun Sie drei Dinge im Konfliktfall. Erheben Sie sofort, es gibt da eine Monatsfrist, Widerspruch gegen eine Entscheidung Ihrer Krankenkasse, wenn Ihr Krankengeld Ihnen versagt wird. Erst legt man Widerspruch ein und nach erfolglosem Durchlaufen des Widerspruchsverfahrens kann dann Klage erhoben werden. Für die Klageerhebung brauchen Sie aber Informationen, und zwar ganz erhebliche Informationen. Und an diese Informationen müssen Sie gelangen. Das heißt, neben dem Widerspruch sollten Sie sogleich Akteneinsicht beantragen. Einsicht nämlich in die Akte, die bei Ihrer Krankenversicherung über Sie geführt wird. Hier sollten Sie sich zweckmäßigerweise der Hilfe eines Rechtsanwalts versichern. Und was immer wieder vergessen wird, auch das MDK-Gutachten selbst sollten Sie einsehen. Auch das kann beantragt werden. Gegen das MDK-Gutachten selbst müssen Sie nicht vorgehen. Also hier muss kein Widerspruch erhoben werden. Wenn Sie an diese drei Dinge denken, Akteneinsicht beantragen, MDK-Gutachten vorlegen lassen und Widerspruch einlegen gegen einen ungünstigen Bescheid Ihrer Krankenversicherung, dann haben Sie erst einmal alles richtig gemacht. Falsch wäre es, mit dem MDK gar nicht zu kooperieren. Wie können Betriebsräte, wie können Schwerbehindertenvertretungen, versicherte, also betroffene Arbeitnehmer, die Ärger haben mit dem Arbeitgeber und mit dem MDK unterstützen? Erst einmal sollten diese betroffenen Kollegen aus meiner Sicht beruhigt werden. Viele Arbeitnehmer, viele Langzeiterkrankte glauben, dass sie im Job zu Höchstleistungen verpflichtet werden. Das ist nicht der Fall. Auch wenn ich schwächere Leistungen erbringe als andere, wenn ich langsamer bin, wenn ich oftmals ausfalle, ist das für sich betrachtet noch kein Kündigungsgrund. Viele Arbeitnehmer wissen das gar nicht, dass sie nur das leisten müssen, was sie sollen, soweit sie denn können. Dieser Satz beruhigt und tröstet schon einige. Wenn mein Kollege Langzeiterkranktes lange nicht mehr am Arbeitsplatz gesichtet wurde, dann sollte ich als Betriebsrat oder als SBV sofort Kontakt zu ihm suchen und eruieren, ob nicht eine schrittweise Heranführung an die Arbeitsbelastung noch während der Erkrankung, noch während der betroffene Krankengeld bezieht, eine denkbare Lösung ist. Sie wissen, wovon ich rede, die stufenweise Wiedereingliederung, das Hamburger Modell. Und ganz wichtig, entschließt sich der Arbeitgeber zu einer Kündigung. Dann können wir diese, zumeist krankheitsbedingte Kündigung, zwar nicht verhindern. Wir können ihr aber widersprechen, denn wir werden ja angehört als Betriebsräte und bei Schwerbehinderten als SBV. Diese Möglichkeit des Widerspruchs, die sollten, die müssen wir im Interesse der Kollegen nutzen. Für ihren Widerspruch, für ihr Eintreten für die langzeiterkrankten Menschen und für ihren Streit mit dem MDK wünsche ich Ihnen maximalen Erfolg. Hat's dir gefallen? Super, dann sieh dir doch auch dieses Video an, das ganz speziell für dich ausgesucht wurde. Hier findest du ein Gratis-Angebot für dich als Betriebsrat. Und hier kannst du kostenlos unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns auf dich. Sei beim nächsten Mal wieder dabei.